Wenn Sie erfahren möchten, welche spannenden und lesenswerten Artikel Sie in Ausgabe 9 von Sicherheit, das Fachmagazin erwarten können, dann bleiben Sie jetzt dran. Mein Name ist Michael Blaumoser von der Sicherheits- und Krisenmanagementberatung Sios Consulting und wir sind auch Herausgeber der viermal im Jahr erscheinenden kostenfreien Sicherheitszeitschrift Sicherheit, das Fachmagazin. Mehr dazu unter www.sicherheit-das-fachmagazin.de und den Link zu der in diesem Video vorgestellten Ausgabe finden Sie auch unten in der Videobeschreibung. Bleiben Sie gesund, alles Gute, bis demnächst. Tschüss. In Ausgabe 9 behandeln wir die folgenden Themen. Identifizieren, bewerten, schützen. Die goldenen Regeln für den Wirtschaftsschutz. Notfall- und Krisenmanagement. Praktische Argumente und nützliche Hilfestellungen für jeden Betrieb. Reisesicherheit. Wie deutsche Auslandsvertretungen bei Problemen unterstützen können. IT-Penetrationstest. Die Verwundbarkeit der eigenen Systeme erkennen lernen. Experteninterview mit Jan Berthold, ehemaliger Leiter Sicherheitsmanagement bei der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss. Ey du! Ab jetzt heißt es volle Aufmerksamkeit. Denn Sicherheit. Das Fachmagazin kannst du ab sofort kostenfrei abonnieren unter www.sicherheit-das-fachmagazin.de Ihr BAJ-Schwaneböcke